Hallo, da sind wir wieder. Hallöchen, wir stehen hier irgendwo oben auf irgendwelchen Dingern. Soll ich mal hier, dass ich nicht ganz so untergehe hier. Alles klar, gut geklappt. Ja, das hat schon wieder ganz gut geklappt. Ja, wir sind hier mitten in der Nacht und suchen immer noch ein... Also ich hab das Gefühl, wir reden in Folge 5, in Folge 15 und in Folge 25 immer das gleiche. Lass mal Richtung Wüste gehen. Also... Ich hoffe, Richtung Wüste ist... Oh, wir wissen nur. Ich bin hinterher. Ist klar. Was mit dem Schiff? Oh, mir ist gerade ein Creeper explodiert. Ja, richtig geil. Wahnsinnig. Wo bist du denn jetzt? Ich baue ein Tömpchen. Wo denn? Ach da. Genau hier. Okay, hier sind wieder Skelette am Start. Ich geh mal kurz hier lang. Eine Scheißspinne. Alter, hier sind richtig Skelette am Start, Alter. Lass uns mal kurz mal schnell hier, sonst verrückt ich gleich. Alter. Ist mal ein scheiß Schwert auch noch kaputt gegangen. Ja, die Wüste sind ja total klein hier leider. So, hast du die Möhre? Ne, leider immer noch nicht. So, hast du auf jeden Fall einen Pfeil im Kopf, Holger. Nicht auf den Kaktus stellen. Das ist alles bescheuert. Was ist denn, Mann? Ja, hier geht's aber. Hier macht's auch keinen Sinn. Ich laufe mal hier lang. Mal gucken, was da noch so kommt. Auf jeden Fall sind hier ja Skelette und Spinnen und Creeper. Ja, das nervt mich auch gerade ein bisschen zu Tode hier alles. Ja, alles klar. Wie hat das denn funktioniert, Alter? Super. Hier können wir einen Turm hinbauen. Das kann man eigentlich auch sparen, weil hier geht's eh nicht weiter. Ach ja, kommt, Leute. Ja, irgendwie so richtig weitergehen tut's hier nicht, ne? Ja, das ist alles total lahm hier irgendwie gerade schon wieder. Ja. Was soll in der Anrichtung? Ist er hinter mir irgendwo? Ja, ich bin bei dir her. Für das Blatt du dich. Es kommt ja auch noch drei Spinnen oder was. Was hat der da auf den Kopf? Helm oder was? Kürbis oder was? Nur noch keine Möhre, okay. Ja, wo geht's jetzt lang? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht was hier was. Läger laufen und jetzt so ein bisschen links halten hier. Hier so lang. Es wird eh wieder hell. Also von daher, zack zack. Das sind zwar so türmische, aber lassen wir mal hier in die Richtung gelaufen. Da nehme ich noch die Kuh gleich direkt mit. ja danke für die hilfe ich bin ja voll am verrecken leider das ist so von mir alter du läufst ja immer vor mir weg der krieger kommt übrigens hinter dir die sonne gehen auf gucke mal ok hier im bau wieder im türm stecken stellt sein hin oder das gehen hier ab ich hätte höhle wahrscheinlich oder so das schluss als alter krasser scheiß guck mal runter hier das ist eine geile schlucht aber das hilft uns auch nicht weiter das hilft uns nicht weiter dann gehen wir weiter wir gehen immer weiter es ist so schön es macht so viel spaß wenn ich mal unterwegs eine kneife finden würden ja dann wäre ja zumindest ein bisschen was am start hier ich habe gerade nichts hast du noch einmal ich muss erstmal sand wieder hier organisieren ich gehe mal hier hoch und dann war ich hier alles im scheiß zu rum gemacht so ein scheiß baum Ich raste aus. Soweit ich von hier aus gucken kann, finde ich höchstens unsere Türme dahinten schon wieder. Es ist wieder der gleiche Blutze. Ja gut, von hier aus ist ja klar, wir sind jetzt einfach um diese kleine Luft. Ja, lass einfach hier weitergehen. Ja, aber dann müssen wir hier auch ein Türmchen hinbauen, weil sonst noch mal wieder im Kreis zurückkommen. Ja, dann bauen wir einen Turm. Du hast es ja ganz gut drauf mit den Türmen. Ich baue hier hinten auch einen Turm. Zack, zack, zack. Und wo bist du denn? Da ist schon wieder ein Dschungel, wie ich das sehe. Siehst du mich? Ach, da bist du. Okay. Wo hast du denn den anderen Turm gebaut? Ach, da hinten, alles klar. Weit und breit ist hier nichts zu sehen, ey. Leute, Leute. Wahnsinn, ne? Das ist zum Kotzen echt. Ich habe auch echt das Gefühl, ich gebe es auf. Also ich... Brauchst jemanden Turm? Ich weiß echt nicht mehr weiter. Ich glaube, ich gehe gleich wieder zurück. Ja, da vorne ist jetzt der Dschungel, ne? Kann man überhaupt nichts erkennen. Dann würde ich wenigstens nächstes Mal wieder in der Bude anfangen. Ja, das schaffst du aber nicht, glaube ich. Auch schaffe ich. Komm, wir gehen. Nein, lass uns nicht zurückgehen, Mann. Ey, lass uns doch weiter. Wir haben doch alles noch. Es muss doch irgendwo jetzt mal irgendwas sein, was man gebrauchen kann. Ich meine, was machen wir sonst jetzt hier noch in diesem Spiel? Diamantenfarben, Diamantenrüstung bauen und Ändermänner besiegen und alles auf Level 30 verzaubert. Das habe ich auch noch einiges zu tun. Aber das ist ja auch alles schon wieder. Dann lass uns jeder, keine Ahnung. Wie gesagt, im Notfall will ich eh nichts finden. Ich bin Level 32, weil ich töten will. Alles eher Neufarbe, aber ich kann auch noch drauf. Was ist hier mit Turm, sieht man unseren Turm noch? Ich sehe hier gar nichts mehr. Das Wandern ist es Müll, das Lust. Das Wandern ist es Müll, das Lust. Geh mal weg da. Das Wandern. Chris! Ja? Sag doch mal, wie ist deine Laune? Erzähl unseren Zuschauern doch mal was Neues. Was soll ich erzählen? Das geht ja nicht voran. Das geht weiterhin nicht voran. Also ich hätte mit dir, dass wir irgendwann einen Artikel lesen darüber, dass es gar keine NPC-Dörfer in Playstation 4 gibt. Doch, gibt es. Gehen wir noch in die gleiche Richtung? Bist du hinter mir? Ja, bist du. Keine Ahnung. Folgst du mir? Ja, du folgst mir. Aber hier muss man wieder einen Turm bauen, weil sonst finden wir alles auch nie wieder. Ja, hier ist jetzt Wüste. Und Wüste ist aber eigentlich gar nicht so schlecht. NPC-Dörfer sind oft in der Wüste. Baust du einen Turm oder soll ich hier einbauen? Ich baue da hinten einen. Oh. Bist du hier noch am Start, oder wo bist du? Oh, ich bring jetzt zu deinem Turm gerade wieder. Ja? Hallo? Ach, da hinten. Ach, liebe Leute, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, dass wir hier weiter durch die Wüste latschen und einfach nichts finden, oder? Was ist denn das da hinten? Wo denn? Alter? Aber wo ist es da? Bist du das auch? Ne, ich ne gar nichts. Was ist denn das hinten? Was hast du da raus, oder nicht? Ja. Ne, das ist ein Tempel. Ein Tempel, ist das echt? Ja, das ist ein Tempel, oder was denn das ist? Sehen wir unser Turm noch? Achso, du hast einen gebaut gerade, David. Habe ich, habe ich alles unter Kontrolle, mein Lieber. So, was ist jetzt hier los? Jetzt wird's spannend. Jetzt geht's los. Eine Sandstufe. Ja, das ist nix. Das ist ein scheiß Brunnen. Ja, das ist ein scheiß Brunnen. Ja, das ist ein scheiß Brunnen. Ja, jetzt zwei. Tippe aus, als ob das geplant gewesen wäre. Als ob es geplant wäre. Chris, aber jetzt geht aber bitte nicht rein. Lass uns bitte hier draußen bleiben. Juhu, Freunde. Nehmen wir für die nächste Folge, nehmen wir das. Ich freu mich, ich freu mich, die haben hier keine Felder angebaut. Ah, ja, ein Dorf mit Möhren. Jetzt läufst du doch rein, oder was? Wir müssen uns verabschieden. Nein, ich bin, guck nur. Möhren, Karotte. Ja, Leute. Ich wusste es doch ganz genau. Wir haben ein scheiß Kack Dorf gefunden. Ich hoffe, wir finden von hier auf wieder zurück. Na, das finden wir. Wir sind ja von da ungefähr gekommen. Also jetzt müsst ihr auf jeden Fall einschalten, Leute. In der nächsten Folge geht's richtig ab. Bis bald. Tschüss.